Oh Gott sei Dank, es war nur ein Traum. Was war nur ein Traum? Lippen! Wie bitte? Du träumst von Lippen? Äh, Riesenlippen, nicht deine, die mich durch einen Flur voll Popcorn jagen. Du warst nicht da, lass mich in Ruhe. In deinem Gesicht ist ein Handy. Da mach ich mein Handy hin, wenn ich schlafe. Wo willst du denn hin? Äh, ich will es mit Zunge. Ich will frische Luft für die Lunge. Ich küsse dich nachher. Ich mein, ich seh dich nachher. Wo ist denn nur der Fahrstuhl? Hallo Charlotte. Kann ich den Ring mal sehen? Ja. Äh, wieso? Naja, damit es sein ein bisschen leichter geht, ist hier ein Knopf. Seht euch das an? Henry fragt Charlotte, ob sie ihn heiraten will. Nein, fragt er nicht. Oh, nach der Hochzeit nenne ich sie Shenry. Shenry wird sich nicht durchsetzen. Es wird ganz klar Henlet. Hashtag Henlet. Hey, wir heiraten aber nicht. Solange ihr euch nicht geküsst habt. Wir küssen nicht. Wegrenn, Braut. Ich hasse diesen Fahrstuhl. Ich hasse ihn. Wieso steht das denn hier? Ich hab da diesen Traum und von dem kriege ich Panikattacken. Das ist witzig. Ich träume immer davon, dass mir jemand sein Passwort gibt und ich ihm nicht wehtun muss. Hm. Also, mein Traum ist eher ein Traum, wo ich fast einen guten Freund von mir küsse. Auf die Lippen. Oh Mann, wie grauenvoll. Meinst du meinen Bruder? Nein, 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 nein. Na, dann eben Jasper, weil du keine anderen Freunde hast. Unnötig. Ist leider wahr. Okay, angenommen ist wert, Jasper. Schwer vorstellbar, aber okay. Ja, und ich kann nicht schlafen, ohne davon zu träumen. Und ich fühle mich auch echt unwohl in Gegenwart von Jasper. Dann passt besser gut auf. Meine Freundin Marla hatte einen Traum, wo Dickie sie fast geküsst hätte bei Nacho Ball. Ja? Dann, eine Woche später, waren sie bei Nacho Ball und boom. Dickie hat sie wirklich geküsst. Auf die Lippen. Hey, Charlotte. Wir haben auf dich gewartet. Okay, mein Job ist erledigt. Ich gehe jetzt... Was war das? Charlotte ist hier ins Löwengehege gefallen. Na, das ist nicht gut. Was soll das? Ich will nicht von dir gerettet werden. Wieso nicht? Na, weil ich nicht von dir geküsst werden will. Was? Wieso sollte ich dich küssen? Ja, wieso? Geben Sie uns einen Moment. Gerade, wo es interessant wird. Warum? Wieso sollte ich dich küssen? Weil du es beinahe in meinem Traum getan hast. Weißt du noch, als du mich letztens in der Männhöhle geweckt hast? Ja. Da hatte ich einen Traum. Der war genau wie das dir. Nur nachdem du mich raufgezogen und gerettet hast, da... Du weißt schon... Küssen wir uns? Es ist so. Seit den Träumen fühle ich mich unwohl neben dir, weil ich mir dieser Art nichts vorstellen kann. Ich auch nicht. Denk bitte an den Löwen. Aber warum habe ich dann immer diesen Traum? Ich habe keine Ahnung. Träume sind schräg. Okay. Können wir uns bitte weiter unterhalten, nachdem ich dich von dem... Sieh nur ein verdammter Löwe gerettet habe? Versprich, dass du mich nicht küssen willst. Ja, ich verspreche es. Ich gucke auch weg, okay? Nimm jetzt bitte meine Hand. Ich gucke auch nicht hin, siehst du? Okay. Ich gucke weg, alles klar. Bist du los? Okay, ist gut. Ich hab dich. Okay. Okay. Alles gut. Okay. Siehst du? Alles gut. Und wir werden uns nicht küssen. Tut mir leid, dass es so komisch mit uns war. Das lag am Traum. Ach, ist halb so wild. Wie wär's mit einer Wette? Okay. Wenn ich jetzt nicht treffe, küssen wir uns. Äh, was? Ups. Kannst du mir sagen, was hier passiert? Sei still. Ich bin gerade beschäftigt. Lippen. Was? Hast du gerade Lippen gesagt? Was? Nein. Was soll das Wort bedeuten? Äh, dir hängt ein Handy im Gesicht. Oh, ja. Das ist, weil ich, äh, einen Anruf erwarte. Daher hab ich's im Gesicht. Also. Wo ist nur der Fahrstuhl? Oh, ja. Das ist и такой. Untertitelung des ZDF für funk, 2017